Hallo, ich bin die Nida. Ich wurde vor einem Jahr geoperiert. Aufgrund meines Übergewichts war ich sehr unzufrieden. Und Dr. Namut Yilmaz hat hier eine Magenfadenoperation bei mir ausgerichtet und ich bin damit sehr zufrieden. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Ich bin hier für eine Untersuchung. Die geht sehr gut. Und ich kann es auch jedem weiterempfehlen, der sich nicht wohlfühlt mit dem Körpergewicht. Es hat überhaupt keine Nebenwirkungen und ich fühle mich fänden und mir geht es sehr gut.